hallo elektronik freunde in diesem video geht es um eine grundschaltung in der elektronik man sieht es hier ich habe einen blinker aufgebaut und man das eben auch oszillator taktgenerator oder astabile kippstufe und die frage ist jetzt wie die schaltung funktioniert ich will das kurz erläutern dazu gehe ich erstmal hier in die zeige mal kurz die schaltung hier ich habe die aufgebaut mit einem standard CMOS IC vom typ 4093 das CMOS IC beinhaltet vier Nellentgatter mit jeweils zwei eingängen und von diesen vier benutze ich nur eins also der widerstand hier und der condensator sind an den ersten Nellentgatter angeschlossen alle anderen nicht benutzten eingänge der nicht benutzten Nellentgatter sind auf grau und das sind hier diese schwarzen drähte und hier der gelbe draht ist in dem fall der ausgang für die leuchtdiode der an pin 3 hier an dem fall angeschlossen ist die frage ist jetzt also warum fängt eigentlich die leuchtdiode an zu blinken ich habe hier mal die schaltung aufgezeichnet und man sieht hier also das Nellentgatter kurz zur erläuterung pin 1 von dem Nellentgatter ist an plus 5 volt pin 3 ist der ausgang der geht an die leuchtdiode pin 3 geht aber auch noch an diesen widerstand und die andere seite des widerstandes an pin 2 angeschlossen an den eingang hier an pin 2 ist auch noch dieser condensator gegen ground angeschlossen wenn man sowas analysieren will dann sollte man sich zunächst einmal anschauen wie sich spannung einstellen im einschaltmoment und hier in dem fall ist ganz wichtig dass man sich mal die spannung uc anschaut wenn man aus der elektrotechnik die formel hernimmt für uc von t hier uc von t gleich u0 mal dann mal auf 1 minus e hoch t durch tau klammer zu und t gleich 0 setzt dann wird dieser term 1 der gesamtterm 1 minus 1 ist 0 also ist die uc von t gleich 0 gleich 0 volt das heißt also im startmoment stellt sich ja eine uc von 0 volt ein das heißt auch ich habe hier am gatter schon zwei logische zustände nämlich 1 weil es an 5 volt dran und 0 weil die uc im zeitpunkt zum zeitpunkt t 0 0 ist und ich habe am ausgang eine 1 das kann ich hier gleich in die diagramme eintragen also man sieht hier habe ich schon kurz vorbereitet uc ist am anfang null und der ausgang q ist auf high nun wenn diese bedingungen gegeben sind dann passiert folgendes ich lasse jetzt mal hier erst mal den die leuchte uc raus also ich denke mir jetzt mal die leuchte uc weg es passiert folgendes es kann nun war ja hier eine logische 1 ist ein strom fließen über den widerstand hier rüber zum kondensator ic und wenn wir jetzt auch davon ausgehen dass diese beiden ströme hier in die eingänge ungefähr null sind also man kann mit null rechnen und hier auch kein strom weg fließt dann ist es wirklich so dass der ladestrom für den kondensator nur durch den widerstand fließt und den kondensator auflädt das heißt auch auch aus der elektrotechnik wissen wir jetzt ladekurve des kondensators also er lädt sich auf nach dieser funktion praktisch natürlich nicht linear sondern eben hier in so einer kurvenform das macht aber nicht bis zum ende sondern die spannung steigt ja hier an wenn der kondensator geladen wird durch den strom wenn das der fall ist dann erkennt irgendwann das gatter hier an pin 2 eine logische 1 nehmen wir an diese logische 1 wäre hier also zum beispiel hier hier wäre eine logische 1 während des aufladens übrigens bleibt der pin 3 auch auf 1 das heißt also hier bleibt es auf 1 er hat also jetzt meinetwegen hier an pin 2 eine logische 1 erkannt dann hätte ich folgende situation 1 1 als logische eingänge und am ausgang hätte ich eine logische 0 das heißt jetzt auch wiederum dass folgendes passiert dass der kondensator sich nun weil das ja logisch null ist über diesen widerstand wieder entladen kann ich zeichne das jetzt mal mit einer anderen farbe hier also der ic zum entladen geht dann zurück an dieses potenzial was ja praktisch ground ist das heißt in dem moment kann ich das hier in der kurve eintragen entlädt der kondensator sich wieder bis wiederum und das ist auch eben wichtig zu wissen jetzt der die spannung geht darunter in dem moment bis dieses dieser eingang des nähen gatters wieder eine logische null erkennt und ich zeichne das mal hier einfach ein so zum beispiel dann wäre hier logisch null ich habe noch was vergessen nämlich den ausgang der geht ja dann hier runter so dann bleibt da unten bis er eben hier eine logische null erkennt und dann sind wir eigentlich wieder an der anfangs bedingung das heißt also wenn er hier eine logische null erkennt haben wir wieder 10 und dann ist der ausgang wieder auf 1 und der kondensator kann sich wieder aufladen es geht also dann so der ausgang geht hier auf high so dann bis zum bestimmten zeitpunkt wo wir eine logische eins erkennt hier ist logisch null hier ist logisch eins hier geht also wieder runter und so weiter man sieht also dass er hier ein taktsignal erzeugt und dadurch fängt die leuchtdiode eben an zu blinken die frequenz also hier so niedrig eingestellt dass man die leuchtdiode blinken sieht das hat ist nicht immer der fall das werden wir noch später sehen jetzt werde ich mal die schaltung etwas modifizieren und zwar wie folgt ich zeichne das hier mal in orange in der hoffnung dass man es gut sieht ich zeichne hier noch ein widerstand ein und eine diode zum beispiel in diese richtung und den widerstand will ich jetzt ein kilo ohm was passiert nun jetzt kann man sehen dass der lade und entladestrom nicht mehr den gleichen weg nimmt warum man wird sehen dass der entladestrom er diesen weg nimmt weil einfach der widerstand hier kleiner ist diesen weg der lade strom bleibt die die ode hier in dem fall ist in sperrrichtung das heißt zum laden bleibt hier der grüne strom sozusagen erhalten zum entladen der orange strom sozusagen der ist aber wesentlich höher bzw die zeit wo er entlädt ist wesentlich schneller das heißt wiederum für das diagramm folgenden folgende situation ich lade hier sozusagen in dieser zeit bleibt aber ich entlade nun ziemlich schnell so zum beispiel und ich zeichne das jetzt zweimal so ein so und wieder den die orange seite und man sieht auch was passiert mit dem ausgangssignal mit dem rechteck signal das sieht etwas anders aus als davor so das sieht nämlich so aus und hier geht einmal wieder hoch so die so genannte puls breite hat sich geändert also die zeit wo hier das signal auf 1 ist das heißt wenn ich diese diode ein baue dann müsste die leuchtdiode eigentlich nur kurz aus sein und ich will das einfach mal tun ich habe ja die schaltung ich mache die mal kurz aus hab die die oder hier die diode geht an pin 2 mit der anode das heißt also die geht hier ran und der ein kilo ohm widerstand geht an die die oder ran geht an pin 3 also hier jetzt halte ich mal wieder ein und man sieht die die oder ist nur kurz aus man könnte jetzt genau das gleiche umgekehrt machen das heißt wenn ich jetzt die diode umdrehe das sieht man vielleicht besser dann wäre sozusagen der ladestrom sehr schnell das heißt die diode ist nur kurz an drehe die diode mal um so ja sie geht nur kurz an die ein zeit ist länger als die auszeit und durch diese diode kann man also nun generell gesprochen den weg des stroms zum laden oder entladen des kondensators festlegen das ist ein sehr wichtiger punkt so eine konstellation mit solchen dioden sieht man ziemlich oft man sieht auch die möglichkeit der antiparallelschaltung von dioden mit einem zusätzlichen reihenwiderstand das sieht teilweise sehr komisch aus hat aber den zweck dass man den strom zum laden und entladen solch eines kondensators praktisch bestimmt über diese dioden und damit auch zeiten festlegen kann also ein oder aus zeiten im nächsten video erkläre ich mal wie man das flexibel gestaltet und welche sinnvollen möglichkeiten sozusagen gibt dazu eine anmerkung noch dazu es gibt keine schaltung ohne ohne nachteil diese schaltung kann man natürlich aufbauen um jetzt hier so ein blinker zu bauen das ist überhaupt kein problem was diese schaltung aber nicht bietet ist eine stabile frequenz das heißt es kann durchaus sein dass ich je nach hersteller von 4093 unterschiedliche frequenzen heraus bekomme das heißt so eine schaltung sollte man also nicht als frequenzgeber nehmen dann nimmt man dann ihren quarts oszillator das eigentlich dann besser das also nachteil dieser schaltung für einfache sachen für den taktgeber für einen counter oder sowas funktioniert es ganz gut was ich noch sagen möchte ist kurz kommt immer die frage mensch wie kann ich jetzt also eine andere leuchtdiode anschließen die praktisch entgegengesetzt zu dieser leuchtdiode leuchtet nichts einfacher als das ich nehme einfach eine zweite leuchtdiode muss man gucken wo ich die hier gerade habe hier und schließt hier auch an ausgang an so und die ode schalte ich aber nicht nach ground sondern nach plus so und jetzt sieht man jetzt habe ich praktischen wechselblinker von der schaltung her gesehen ist es ziemlich einfach ich habe jetzt hier oben praktisch eine ich mache das mal mit einer anderen farbe man sieht hier oben einen weiteren widerstand dran und auch eine leuchtdiode und die geht an plus 5 volt also wenn in der mitte jetzt hier der ausgang kuf zwischen 0 und 1 wechselt dann ist wenn der ausgang auf high ist die leuchtdiode an und wenn er eben auf low ist dann kann eben der strom durch diese leuchtdiode fließen das heißt ich habe dann hier diesen wechselblinker und mit dem 4093 kann ich theoretisch jetzt hier vier solcher wechselblinker aufbauen ich habe hier vier nennt gatter da drin die es ermöglichen gut das wäre es zu diesem thema erst mal im nächsten video geht es dann darum diese sache mit der diode variabel zu machen günstern